hey lady ähm das wäre ein bisschen in sucht mäßig glaube ich wenn egal ok leute das ist nicht so wie es aussieht ich will aber wirklich nur mich customisen anscheinend geht es doch ihr müsst tanzen ihr müsst auch tanzen das ist der liebestanz das mache ich auch mal kurz vom liebesakt ja ich bin gerade erst geboren ich bin gerade erst geboren und schon kriege ich die die evolution ist die beste ever was geht leute mein Name lautet danny und wir machen weiter mit es ist jetzt total spontan muss ich sagen ich habe einfach weiter gespielt jetzt ok jetzt können wir uns endlich customisen da können wir was ausprobieren aber wir dürfen uns nicht verklicken gut wir haben 141 dollar meine freunde ich nenne es einfach dollar auch nicht weil es nicht die richtige exakte wertung ist aber was haben wir denn hier was ist das hier der tiles waffen oh mein wieso macht achso sorry mein mikrofon macht die ganze so bewegung wir können aber auch schlagen wie sieht das aus hat irgendwie nichts besonderes aber das weiß nicht irgendwie sehe ich nicht so toll aus ich glaube ich mach mal meine beine eher so das sieht ganz gut aus denke ich ja das sieht ganz gut ja was soll ich was heißt gut ne oder ich mach sie lieber was was ist das was guck mal da nicht mehr ein frosch fritzi hör auf dass du sagen du bist kein frosch jetzt bin ich aber einer nein jetzt bist du in der missgeburt was ist das beste spiel der welt was ist das oh danny bist du dir sicher dass ich so bleiben soll sorry oh mein gott was ist das ich hab Angst fritz oh mein gott können wir zwei beine haben ich guck mal ob wir zwei beine haben das wäre auch richtig geil oh mein gott best game ever wieso zum teufel bin ich dich früher drauf gekommen ja meine freunde wir was ist das oh mein gott alter ich bin das ich wusste gar nicht dass man alles so alter ja gut ich denke am anfang spielt es nie nicht so wirklich eine rolle ob wir das alles so ernst nehmen müssen wir auch nicht so ernst nehmen können wir wir haben ja noch weitere welten dort können wir das ja richtig schön machen aber ich finde das hat was oder ich finde das hat richtig was können wir auch den mund nein wir können alles customizen alles unglaublich ok danny du machst mich immer schöner ja wenn das der fall wäre dann wäre es immer das wäre schön wir könnten nein nein oh mein gott ohne scheiß einer meiner lieblingsspiele bis jetzt ernsthaft die fallen faust greifer greifer ich weiß nicht genau wozu die da sind posieren ich glaube das ist dazu da um freundschaften mit den anderen einzugehen ich bin mir nicht genau sicher um ehrlich zu sein dann nehmen wir erst mal das hier denke ich oder habe ich ne das habe ich noch gar nicht nehmen wir erst mal das hier ich will es auch gar nicht so lange nachdenken einfach mal machen was nein sogar an den beinen jesus ich bin gerade echt der buff alter wow was ist das ok ich kann es nicht glauben dass man es sogar an den beinen machen kann ich teste es mal kurz lalalala danny ich finde es voll cool mit vier beinen du hast keine vier beine ne du bist ein außen halt den maul ich will nämlich gerne mein ganzes geld gerne verschwenden ich habe es mal gerne hier so hinten das sieht am besten aus ok wir nehmen ich denke auch ohne lange nachzudenken dauert mir hier viel zu lange gut dann nehmen wir erst mal das hier ja wieso nicht oder habe ich jetzt ganz spontan einfach so entschieden wir können es quasi noch sehen eigentlich ok habe ich zwar keine ahnung was es sein soll oder was das bitte schön ist ist das wie eine Tarnung oder was schleich ah verschleichen ja klar ist ja logisch ok da bin ich jetzt nicht so interessiert um ehrlich zu sein wir machen nehmen erstmal was ich gucken wollte ich würde gerne auch Pflanzenfresser werden um ehrlich zu sein ernsthaft noch ein Auge können wir eigentlich mein Auge entfernen was wir können mein Auge entfernen Danny bitte ich habe keine Augen hilf mir wir können sogar ein Auge hier drauf machen Fritzi ich will aber gerne zwei haben wir können sogar drehen das Auge was ist das man muss das Spiel eigentlich gar nicht so wirklich ja wie soll ich sagen so wirklich spielen man könnte einfach nur hier so ein lustiges Video dazu machen zu diesem Kastelmeisen das sieht echt krass aus also wirklich geil aber trotzdem das Spiel gefällt mir so gut dass wir auf jeden Fall davon ein Let's Play machen wie ihr ja schon gemerkt habt schon längst ah und hier gibt es teurere Sachen wo ich denke das war es dann auch erstmal zum Schluss werden wir wahrscheinlich dann noch unsere ja wir werden noch unsere Farbe ändern oh cool kann man sich auch eine selber erstellen ja kann man äh ich glaube ich nehme aus Spaß mal grün aus Spaß einfach mal und wir sind fertig glaube ich dann auch oh das wird ich bin gespannt wie ich aussehe jetzt ah jetzt sehen aber alle so aus oha jetzt sehen alle so aus okay oh um das tanzen zu lernen kaltig habe ich alles gelernt okay das habe ich getan das wachse ich jetzt guck mal Danny ich sehe ganz anders aus ich bin so glücklich jetzt oh wow alter Schwere oh mein Gott bin ich schnell oh mein Gott wie viel Leben habe ich 17 verlass du 19 Loser lass es mal Freunde werden ihr seid ganz schön stark denke ich komm schon wir können Freunde ah das wird na komm schon es ist na okay ich darf ihn an man muss ein Risiko eingehen ich bin so stark jetzt ja wir ziehen ihm mehr Leben ab als er uns und die anderen laufen alle weg ich frag mich ob das die ganz großen ja wie soll ich den an Aliens kann ich dir nennen eigentlich ne auch machen oh nein verdammt das war ein schlechter Kampf ich glaube ich hätte sogar gewinnen können hätte ich weiter drauf gedrückt schade du wurdest im Kampf besiegt bist du verletzt ziehe dich in dein Nest zurück um dich zu heilen ich glaube aber weiter passiert nichts verliere ich aber auch Geld das ist die Frage okay und ich schlüpfe einfach so wieder aus ein Ei wenn ich sterbe oder was okay ich schätze mal ich muss die Evolution nicht verstehen hier bin ich wieder und da was ist das was ist das bitte keine Ahnung ich glaube die wollen mich angreifen aber erstmal nicht bin wesentlich schneller auch als die mal sehen wie es aussieht wenn ich schwimme jetzt das wäre richtig mein interessanter zu wissen oh cool geilomatico mama mia cuandoria picabella sieht echt geil aus für ihn hat er 19 eigentlich müssen wir uns mit ihm anlegen können oder seien wir mal ehrlich wir müssen oh die sehen gruselig aus aber die sehen gruselig aus verbündeten Ruf kann ich mit Backspace aber irgendwie hat das nicht geklappt egal ich drücke einfach dann hier drauf das ist ja auch egal okay wisst ihr was ich werde einen angreifen der sich alleine befindet was ist das oh hier kann man was essen ich weiß noch nicht was es sein soll ich bin ein Urteiler um dich weiterzuentwickeln ja das ist ja logisch ich esse einfach mal hier der Typ legt hier einfach rum guck mal der nie mit der Gäste umsonst ich finde es so cool ja ich finde es auch richtig geil wie können wir unser Leben auffüllen ich kämpfe gegen jemand okay die ist mal aber richtig okay ich gebe eine definitivere aber ich mach mal kurz ich will kurz mal austesten verbündeten Ruf kommen jetzt meine Freunde anlaufen oder was oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich dachte ich bin am gewinnen ich habe leider die die Lebensanzeigen verwechselt okay ich will erstmal kein Sex haben sorry ich heile mich erstmal kurz ich finde es gut wie es aussieht wenn man sich heilt diese Plusse finde ich extrem geil gut dann kämpfen wir mal gegen die hier komm die müssen wir jetzt aber gewinnen logisch denn ich bin eigentlich viel stärker als du dachtest ja das glaube ich dir mein Freund kann ich auch einfach ja kann ich auch einfach hier drauf klicken okay nice esse ich ihn erstmal damit ich wieder ein bisschen Leben bekomme das ist das was ich sehen will hier haben wir ein Ei okay ich mach mal oh mein Gott ich bin ein Mörder Gott bin ich ein Arschloch nein ich habe das Wesen umgebracht bevor ich überhaupt geboren werden konnte was für ein Arschloch kann man nur sein meine Freunde ich bin das größte Arschloch ever aber ich werde erstmal hier kurz was klauen oh Sehvermögen nice 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 gut ich gehe erstmal zu meinem Clan zurück das ist definitiv mein Clan definitiv wie war ihr da Leute hey ich will Sex mit dir haben nein sorry ich muss mich erstmal im Video verabschieden herzlichen Dank fürs zu Ende schauen hier bei Spora äh Fritz wir machen Fritz bitte es ist sauer ihr habt ihn sauer gemacht habt ihn super gemacht denn ich will nicht mit ihm sehen Fritzi das sind die Zuschauer die schauen und nein denn ich will heute nicht mehr sorry ich bin heute sauer okay sorry verzeiht ihn bitte es ist ein bisschen sauer heute ihr habt ihn sauer gemacht habt ihn super gemacht vielen Dank fürs zu Ende schauen hat euch der Part gefallen berättet das Video mit einem Daumen nach oben Playlist in der Beschreibung zu allen anderen Parts von Spor ganz oben vielen Dank fürs zu Ende schauen und ich sehe dich im nächsten Video wieder ciao 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 ciao